Das Gold ist wieder in der Höhle. Das darf auf keinen Fall jemand erfahren. Das war lecker. Ich lege mich aufs Sofa. Mama, spielst du mit uns Karten? Ja klar, aber davor müssen wir den Tisch abräumen. Herzlich willkommen zu den Playmo Nachrichten. Heute gibt es eine ganz besondere Ausstrahlung, denn dieser Tag wird in die Geschichte Neu Playmos eingehen. Was ist denn jetzt schon wieder los? In Neu Playmo Forst wurde Gold gefunden. Was? Annette, komm mal schnell. Was ist denn? Schau dir die Nachrichten an. Der große Goldrausch, der vor 20 Jahren Neu Playmo in Trubel gebracht hat. Wird er zurückkommen? Wir können es selber kaum glauben. Diese zwei Jungs haben Gold in einer Höhle in Neu Playmo Forst entdeckt. Diese Höhle soll sich in der Nähe vom Stadtrand befinden. Meinen die etwa unsere Höhle? Wie kann das denn sein? Niemand hat etwas über das Gold erzählt. Eigentlich wurde das ganze Gold abgebaut. Dass jetzt wieder Gold gefunden wurde, ist eine Sensation. Wir werden sie über neue Informationen auf dem Laufenden halten. Aber es wurde ja gar nicht gesagt, wo genau die Höhle ist. Vielleicht meinen die auch eine andere. Wir können mal in den Wald gehen und schauen, ob das Gold noch da ist. Es ist nur noch ganz wenig Gold da. Dann waren die Jungs wirklich in dieser Höhle. Hallo, habt ihr auch die Nachrichten gesehen? Ja, zwei Jungs waren in der Höhle. Das waren die Weiden, die mich damals auch vom Baumhaus geschubst haben. Die sollen endlich mal von meinem Grundstück fernbleiben. Aber die haben niemandem gesagt, dass es diese Höhle ist. Die haben wahrscheinlich Angst, dass sie Ärger bekommen. Ich glaube aber, die Jungs sind das kleinste Problem. Vielleicht kommen wieder Leute hierher, um dir die Höhle wegzunehmen. Nein, das ist mein Grundstück. Heute ist es besser abgesichert, als es früher mal war. Es gibt weitere Neuigkeiten um das Gold. Es stellt sich heraus, dass in der Nähe vom Gold ein Fluss fließt. Die beiden Jungs wollen jedoch nicht nähere Informationen darüber geben. Ob sich etwas in NeuPlaymo ändern wird? Wir werden es sehen. Gleich kommen wieder die Nachrichten. Mal schauen, ob es etwas Neues gibt. Die aktuelle Meldung über Gold bewirkt mehr als wir dachten. Wir haben den bald reichsten Mann der Stadt interviewt. Ich schalte zu einem Kollegen. Sie meinen bald der reichste Mann der Stadt zu sein. Warum? Ich habe mich viel über das Gold informiert und ich bin zu einem Ergebnis gekommen. Das Gold wurde an einem Fluss gefunden. Weil früher das ganze Gold abgebaut wurde, kann das Gold ja nur noch aus dem Wasser kommen. Und alle Flüsse in NeuPlaymo kommen aus dem Playmo Mountains. Sie meinen die Berge hinter NeuPlaymo? Dort soll das Gold herkommen? Da bin ich mir sicher. Ich werde in die Berge fahren und mit Gold zurückkommen. Ich werde reich! Sie haben den Mann gehört. Anscheinend kommt das Gold aus den Bergen und wurde durch den Fluss mitgenommen. Mal sehen, ob sich die Reise in die Berge lohnt. Wir werden selbstverständlich auch in die Berge reisen, um sie auf dem Laufenden zu halten. Die sind doch verrückt. Der fährt jetzt extra wegen dem Gold in die Berge? Ja, er klang sehr überzeugt. Denkst du, er wird wirklich reich? Ich weiß nicht. Vielleicht ist in den Bergen wirklich Gold zu finden. Ich habe genug von der ganzen Goldsache. Hoffentlich findet der Mann nichts in den Bergen. Kinder, wollt ihr mit zum Einkaufen kommen? Ja, wir gehen mit. Es ist ganz schön voll hier. So viele Menschen sind doch sonst nicht hier. Wir gehen schnell in den Supermarkt rein. Ich wollte heute einen Gemüseeintopf kochen. Wir müssen zu den Dosen. Hier ist nichts. Keine Erbsen? Gar nichts mehr. Das ganze Dosenessen ist weg. Das verstehe ich nicht. Das einzige, was noch da ist, ist diese Fischdose. Warum ist die so teuer? Das kann doch gar nicht sein. Warum ist denn alles so teuer geworden? Wenn es ihnen zu teuer ist, dann gehen sie doch Gold schürfen. Wie kommen sie denn da drauf? Jeder geht einfach in die Berge und holt sich Gold. Wenn alle reich werden, wird es hier eben teurer. Ich muss auch etwas verdienen. Aha, interessant. Aber die Fischdose nehme ich lieber doch nicht. Matteo, du wirst es nicht glauben. Die Leute machen sich auf den Weg in die Berge, um dort nach Gold zu schürfen. Was? Im Supermarkt gab es kaum noch Dosenessen. Die Leute haben alles aufgekauft, um es mit in die Berge zu nehmen. Ich dachte nur dieser Mann will in die Berge. Aber ist ja klar, wer möchte sich schon das Gold denn kommen lassen? Ich schau mal, wer da ist. Hallo zusammen. Hallo. Habt ihr mitbekommen, dass jetzt viele in die Berge fahren? Um ehrlich zu sein, sind wir genau deswegen gekommen. Ihr habt nicht ernsthaft vor, in den Bergen nach Gold zu schürfen, oder? Nicht so ganz. Aber ich bin ja Reporter und ich soll aus den Bergen berichten. Ach so, verstehe. Na dann viel Spaß unter diesen ganzen aufgeregten Menschen. Wir fahren auch mit. Wie aufregend. Ihr müsst uns unbedingt anrufen, wenn ihr da oben seid. Also eigentlich wollten wir euch fragen, ob ihr mitkommen wollt. Wirklich? In die Berge zum Gold schürfen? Wir können das Beste daraus machen und es als Urlaub in den Bergen sehen. Ich weiß ja nicht. Ich möchte da hingehen. So etwas habe ich noch nie miterlebt. Also mit euch allen wäre das bestimmt ein aufregendes Erlebnis. Na gut. Das heißt, wir fahren alle zusammen in die Berge, mitten in den Goldrausch hinein? Ja, genau. Ja! Gold, wir kommen! Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert doch gerne unseren Kanal Familie Neumann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik